Wir sind schon mal hier. Alle sind hier drin. Die haben hier vorne gemerkt, dass es keine Kraft gab. Dann saßen sie hier. Die haben seit dem Tiefen weiter. Und dann kommt man nur hier. Okay, jetzt hat er gleich gescheitiert. Scheisschen, scheisschen wirklich. Jetzt kommen wir hier nach. Ja, das stimmt. Das hier ist ja noch auf einer Stelle. Das sind dann auch solche Treppen. Die sind alle so uneben. Das ist so blöd. Das ist dann auch so viel. Dann geht es hier so ewig weit raus. Da so ewig hoch. Siehst du das hier? Das zieht sich und dann. Dann stehst du noch hoch an der Ecke. Das ist geräumt. Jetzt ist das Aufschlag. Da geht es mir. Dann geht es mir auch mal so eine Treppe. Das war zwei Kerlos. Dann gehen wir da genau. Kommt an der Ecke. Das ist das in den Köln.